Hallöchen Leute herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge von CRYTYWLZ mal kurz wasser trinken siehst du nicht diese braun hier hallo hinter der hinter der hier ab unten die braune dinger und da weiter sind noch drei da hier wo ich stehe ohne mich wird ich verloren wie lange braucht es zwei minuten ja also sechs stück der reich und für uns komplette rüstung ja sollte sollte aber suchen wir weiter ja mach es machst du da ist eisen äh diamantwein ja toll hast du noch mehr von diesen dingern ich habe nur die normalen aber ich weiß nicht ob die da auch gehen die sollte auch gehen weil diese andere gehen schneller aber normalen weiter zu länger wie viel stück hast du also vier stück wie viel brauchst du zwei kannst du mir geben für den notfall genau danke äh ja da musste ich hin so zum glück habe ich die advanced sticker gemacht die wirklich schneller gehen dann braucht man nicht so lange warten bei eisen ja mit diesen dingern brauchen muss ich zehn minuten warten mit der anderen erreichen und sich für minuten waren so noch 30 Sekunden dann habe ich schon alles von diesen weg weiß gar nicht ob man will dieses minuten wort haben das auch einfach mitnehmen kann irgendwie nirgendwo womit konnte man das noch mal aufnehmen nun kann ach so ja schlägt mich schlägt mich ich habe ihn gekillt schon danke für mich das sind die kinderstattung das spiel da hallo ich weiß so wochen sind mit dem und meinigsten können wir dieses minuten wort abbauen womit man sich so aufladen einfach heilen kann und endlich dann können wir das mitnehmen und zu hause und dann einfach immer nach hause teleportieren mhm und uns da dann heilen ok das war's momentan alter wenn mir was mir ruckelt mir ruckelt gerade warum soll ich dir getan spiel hinter dir hinter mir ja tut's schon ich glaube wir sollten hier alles ein bisschen besser ausleuchten kohle ok ich meine es besser zu beleuchten und beleuchten durchschnitt kohle mit m 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 immer schneller ich habe schon ich habe gedacht ich mache ich mal das ganze vor allem mittlerweile ist das wirklich nur x track aber und das ist ein bisschen nervig ah ja also wird schon mit der kohle habe ich gefunden ich glaube nicht ich will eisen juhu ist klar ein monster natürlich die ganzen tage hat es übelst geregnet ja dann wollte ich heute eigentlich mit kollegen grillen gehen ach nee wird eh regnen habe ich abgesagt und jetzt scheint einfach die sonne hei jo wieso nicht die noch dieses april wetter weißt du was diese woche ist bei uns passiert hat bei uns geschneit ja bei uns auch bei uns hat es erst geregnet dann gehagelt und dann geschneit ja gehagelt geregnet geschneit schönes wetter aber bei uns eine woche war das war nur geschneit schnee 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 ich denke ja ist klar am april ist schnee oder kurz vor mai schnee kommt das war die beste alle zeugen alter wir haben einfach so viel was ein bisschen ob sie haben schon viel die haben gebrauchen unbedingt kohle sie haben keine kohle wir wollen die die 1 kommen noch ein heißen 4 6 1 sind daraus könnte ich mir dann ein Schwertchen bauen dann bau die ja und ich gehe so ein bisschen weiter was brauche ich noch dafür Crafting oh wir brauchen haben wir so einen Zahn haben wir so einen Zahn haben wir so einen Zahn da haben wir die Zähne was für Zahn ist egal alter ich habe jetzt das wird alle mal reichen dass mindestens einer von uns sich was daraus bauen kann ich habe jetzt schon 14 Eisendinger und ich habe eine Kisse gefunden okay das dauert lange gerade da kann ich dann schon mal jawohl endlich ich habe also eine gefunden Sachen hier ähm so Obsidian und sowas Schießpulver und das ganze Zeug nehme ich mal alles raus und pack das nach oben in die Kisten so ein bisschen geordnet komm 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 heil mich schneller die kommen nach unten so ein bisschen Schießpulver wo sich ein Schießpulver eingepackt um es wird nachten okay ich kann es gut und nicht gut gehen könnte es schlafen schlafen wieso du schlafen gehen wieso das okay ich habe jetzt schon 23 Eisen äh 23 ich hole noch drei Stück kann ich schon mal das andere Obsidian Braten Braten Obsidian Braten ja ist klar Obsidian Braten ach so es wird schon wieder es wird grad hell glaube ich also ja morgens nicht abends den nach haben wir überstanden collect all so wir wir haben so viel wir brauchen auf jeden Fall wieder Kohle ja aber ich muss die Kohle wird nämlich nicht reichen für Obsidian Alter wir haben insgesamt 30 Eisenbarten rausbekommen 30 ich hole nur 3 Stück Alter das ist echt krass okay dann kann ich hier schon mal mir ein Schwert bauen Crafting das ach das fehlt mir noch komm schneller Schwung 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 Ne das ist wirklich ein Schwung so okay wir brauchen diese Vines Vines wozu Wines das sind Craften irgendwo waren die okay 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 was konnte man sich nochmal machen Juhu Juhu ne ähm ja ich bin gar nicht mehr im Spiel drin bist du nicht oder was doch aber ich mach nur eine weiß gar nicht wie man was macht macht okay Hilfe ach genau die Maschums kann ich da mal reinpacken äh entweder bin ich grad blind vielleicht weiß aber wirklich nicht mehr ach das brauchen wir ja kommen laden wir auch mein Gott die Polkwürde echt langweilig wie mine kämpfe ich und rum baue und warte ich bis der fucking extractor werde fertig wir haben jetzt auch noch 31 äh obsidian waren da oben habe ich noch da mache ich auch noch mal ja ja das brate ich auch gerade okay so 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 die Twines mache ich mal eben und dann mache ich mir eine schöne Eisenrüstung okay auch glaube ich nur erstmal ja nice crafting eisenhelm okay die leggings und den arm schoner und dann habe ich alles cool das könnte ich dann nochmal gleich alles anziehen ja jetzt habe ich eine volle Eisenrüstung ne sowas ich nicht kann ich meine alte zerstören yes 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 mein altes obsidian schwert aber ich weiß gar nicht woher man manche Sachen einfach bekommt okay das könnte noch ein bisschen problematisch werden ja da musst du glaube ich forschen und so weiter weiter okay guck mich an siehst du wie ein Depp ohne scheiß okay und ich werde auch so aussehen gleich das wollte dich nicht beleidigen aber ohne scheiß du siehst wirklich wie ein Depp so die Ranken brauchen wir eh nicht ich kann ich die mal alle hier machen so ähm blaue Blume Kaktusflur kann da rein das mit wo hast du die Eisen ach das Eisen hab ich warte warte komm mit komm du mit ich geb dir alles was du dafür brauchst da hast du versteck also komm ja nee ich glaub dir das warte mal ich glaub das sollte erstmal reichen ne von der da hab ich genug diese Regel aber nehme ich draußen und ich brauche die Eisen auch du hast du noch sowas machen warte mach dir das mal eben ja weißt du diese Obsidian Dinge ja die dauern aber ziemlich lange ja ich hab einfach 49 Gunpowder also ich hab einfach 49 Gunpowder ich hab einfach 49 Gunpowder ja ne überhaupt nichts ah für die haben ah ne das ist was anderes ok Obsidian das brauche ich und noch haben wir Muscheln noch Muscheln wofür muscheln für diese lila zu sammeln weißt du doch lol warte 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 dafür brauchst du noch vier Muscheln Muscheln ja hä wofür braucht man denn Muscheln ja ich hatte ich auf waschen genommen ah ja egal Apfelschwert was muss man für Muscheln machen aus den Muscheln wir brauchen Arctic Miro Eye das heißt wir müssen noch in der alter das wird noch ein Corruption das Drop from Creatures alles klar wir müssen noch mal in andere Gegenden rein ja für Diamantschwert puh gib noch mal ein bisschen Eisen bitte ich habe meine Rüsten noch nicht gemacht gell ach so ja ja danach das juhu juhu dann könnte ich und das noch juhu ah also wie war das mit dieser Beutel also alles weiß ich ähm ach mosaik okay aha ja okay ja ähm hm brauchte ich jetzt mal das Eisen wort ach genau was alles klar hast du da ich könnte uns theoretisch statt Fenster Eisengitter machen Eisengitter ne danke ich werde mich fühlen wie ein Gefängnis ja das dachte ich mir auch ja das dachte ich mir auch ich weiß was ich baue ich weiß was ich baue ich sehe wie ein Depp schlimmer geht nicht oder ne schlimmer geht es echt nicht mehr das aha okay das weiß ich das ist ein Diamant Eero nur dem Volk weiß ich nicht woher bekommt sie in die Wands TNT wir könnten wir müssen mal irgendwie rumlaufen weil dann könnte ich eine Giftbombe bauen okay ich gehe mal was gucken komm mit raus äh möchtest du was ausprobieren was bist du gegen mich kämpfen oder das nein hab ich schon gedacht ich glaub das hättest du verloren also die ist Schwein ne ja jo is glue oa ah extraktin wollte ich machen unbedingt ich hab keine mehr hm hm so aber erstmal such ich die was kann ich hier weg machen die Muschel ich hab 19 Muscheln jo das ist mir ja leicht wieso lauf ich ja wofür brauchst denn du die Muscheln weißt du diese Dinger welche sammelst du hä äh diese wofür braucht man die Muscheln ja für erweitert zu erweitern brauchst du noch Muscheln hä jo ach so ich weiß was du meinst warte ich glaub du meinst oder hast du ach so ja ich hab Muscheln kann ich die geben warte mhm mhm richtig droppen ach ne so ich würd sagen dann wenn wir beide das haben äh mhm was wir brauchen wir brauchen wir brauchen ja diesen Salzstein oder was es ist ähm ob sie tun ich glaube ich muss sie schauen wenn nicht dann diese leichter kann man das bekommen mhm bei dir ist was ne ich guck eben nach oben könnte sein oben ist was ja ich guck gerade ähm ähm ah da ok echt ja ach geil wir können uns dann auch Salz machen dann können wir das auch fürs kochen hä wo ist diese Scheiße ich hab ich hab ich hab's alle hast du genommen oder was äh könntest du mir nochmal kurz die Muscheln geben dann kann ich mir auch das eben schnell machen ich brauch nur 4 Muscheln ja ähm wo ist die Muschel da sind die zick da hast du Alter was alles alles klar oh auch da neun hä ich hab kein Platz jo ist klar ich hab kein Platz so Iron Mining Cell achso das haben wir alles klar jo das brauche ich nicht das brauche ich nicht das brauche ich auch nicht das ist das für mich dunkel so viele Pilze brauche ich nicht gell für jeden Fall so das ist alles oder und aah scheiße ich brauche noch so einen Stein du hast mich sie hast du keine mehr Steine von den da ich brauche noch einen Stein ne ich hab keinen mehr ja dann sammeln wir mir will nur ein beschissener Stein hm okay ich pack mal noch um die ganzen Sachen zum craften hauptsache wir haben schon fast kein Eisen mehr echt alter wir haben 66 Obsidian mhh ich würd sagen dass wir auch irgendwann mal weiter ziehen benutzen neues ruhig sind von mhhm 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 kumpel mhhm 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 mhm mhhm 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 wir müssen uns mal wie heißen die wir essen noch mal ich weiß wie die Viecher heißen ja Weg ach genau wir müssen uns mal so ein Pad holen also so ein Haustier ich glaube die können auch andere Monster dann von uns erledigen wenn wir die dann mit in die Hülle nehmen ich gehe mal kurz an den Strand und dann muss ich auch gleich schon ausmachen das Essen und so bei dem Strand hatte ich noch Kakteen und aus den Kakteenblumen können wir uns diese Flowers aus den Kakteenblumen können wir uns Heal Potions machen so ja ich weiß nicht so viel okay wir sind einige ich sage nicht habe ich schon so nein wir sind auch einige Muscheln kann sein soll ich mal Sand mitnehmen weil theoretisch ich nehme mal Sand mit ich gucke das mal gleich okay weil eigentlich müsste man ja wenn man Sand brät Glas bekommen theoretisch ja das verbessern habe ich schon oder sag ja sag ja nein Arschloch da hinten sind auch noch ein paar Kakteen äh hier habe ich das Gefühl dass bei manchen dass da nicht so wirklich was wachsen will okay so hold shift and left click to grab your own item from a stack okay ja ist klar ich habe die Eisen gewunden ach nee oder wir haben keine Kohle mehr das ist nicht gut gell nein das ist nicht gut okay ich kann wenigstens 8 Glas machen das ist etwas alter ich suche den einen beschissenen Stein und ich finde ihn nicht komm schon so ich packe immer meinen Inventarik und dann Blumen und dann Glas packe ich dann noch oben noch die Kaktusblume okay ne schieß muss wieso kann ich den da nicht reinpacken ey willst du mich komplett verarschen ähm eigentlich nicht ich suche den einen scheiß beschissenen Stein ja jetzt habe ich endlich okay so ah für deine Informationen ja es gibt noch eine Erweiterung gell geht es noch weiter ja Diamant ach stimmt Diamant dann brauchst du ach Eisblocken und irgendwelche Loverblocken ja einen davon haben wir Eis haben wir auch und brauchen wir solche diese Platten äh Eisenplatten und vier Diamanten dann kann wir nichts zu bauen okay mein Inventar ist voll leck mich doch fett das juhu juhu ah ok ja ich kann nächstes mal kann ich äh Fenster machen richtige also wenn wir Kohle auch haben und ja teleportier dich mal am besten können wir schlafen gehen und dann die Folge beenden und ich kann noch tiefer gehen gell teleportier dich mal das wird dunkel ja mag ich warte du hast du kurz schon juhu also nächste Mal werde ich glaube ich mal das Haus ein bisschen äh umbauen was ok ok wir könnten ok ich guck mal soll ich uns Mosaikboden nächste Mal machen ja kannst du wenn du wünschst ok ok ich hab schon einen Plan ich hab einen Plan ich könnte uns theoretisch auch ein Lebkuchenhaus bauen ok wir müssen auf jeden Fall ähm in den Schneebiom ok für das Diamantschwert auf jeden Fall es gibt auch eine Freeze äh Resistant Potion die müssen wir uns da machen ok 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 wir müssen dafür irgendeinen Monster töten weil man kann ja dann erfrieren man kann ja da erfrieren ok ok und dann brauchen wir irgendein komisches Hinterteil und schu schu tail also da wird noch einige Sachen zu kommen oh ja jetzt müssen wir uns die Diamantrüstung machen also so nerdo du Schnucki pupzi also ich gehe schlucken ja so Leute ich werde sagen das war die Folge wenn es euch diese Folge gefallen bewertet gerne und wenn ihr weitere Folge nicht verpasst dann vergesst nicht abonnieren und wir sehen uns nächstes Mal Ciao